Und damit herzlich willkommen alle zusammen zu einem neuen die Waffen von bzw. erstmal spontan angucken Video und zwar wie unschwer zu verkennen es in Battlefield 5. Nochmal persönlichen Dank für den Key dafür, den hat mir der gute Banshee NTD beschafft bzw. überlassen, denn er hat das ganze wohl in seinem Amazon Prime Paket oder so bekommen. Übrigens, falls ihr euch zufällig für Gundams, das heißt für diese großen japanischen Kampfroboter interessiert, guckt doch mal auf Banshee NTDs Kanal vorbei und lasst ihm da schöne Grüße und viele Daumen nach oben da. Aber dann kommen wir auch schon zum Spiel und zwar sind wir hier in Battlefield 5 und zwar das ist das Battlefield, welches nach Battlefield 1 kam. Das ganze spielt im 2. Weltkrieg, nachdem ja Battlefield 1 oder Battlefield 1 im 1. Weltkrieg gespielt hat. Von da ab war das relativ konsequent und wir sind hier praktischerweise auf einem Übungsgelände, welches ja Battlefield 4 hatte. Battlefield 1 dann aber nicht mehr und Battlefield 5 hat wieder ein praktisches Übungsgelände. Das muss ich aber aufmachen, indem ich hier diesen Schalter drücke und eh komischerweise gedrückt halte. Ich hoffe, ihr habt euch mittlerweile mit den Werkzeugen, die euch zur Verfügung stehen, vertraut gemacht. Hier könnt ihr nun mehr Erfahrung sammeln und nach eurem eigenen Belieben üben. Ja, das habe ich so. Ich bin selbst das Tempo und könnt alles benutzen, was ihr findet. Sehr schön. Das habe ich doch so gerne. Ich meine aber, ich muss eher hierher. Ne, das ist ja Fahrzeuge. Also wo man dann wirklich jetzt schießen kann, das war ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, hier sind so Übungen, dann kann man irgendwie noch eine Abzweigung nehmen und darunter. Aber kommen wir zurück zum Spiel und zwar ist das jetzt hier Battlefield V oder halt Battlefield Römisch 5 oder Battlefield Ziffer 5. Und das Ganze hatte allerdings einen relativ hakeligen Start. Es gab ja den ersten Trailer, der ja nicht so gut angekommen ist. Und dann gab es auch Probleme zum Release. Und es gab auch starke Probleme mit der Finanzierung. Und zwar Battlefield 3, 4 und 1 hatten sich ja noch dadurch finanziert, dass man halt quasi so eine Art DLCs gekauft hat. Das ist hier weggefallen. Also damals hat man immer DLCs gekauft. In den DLCs waren dann immer so ein paar Karten drin und immer ein paar neue Waffen. Das ist hier weggefallen. Hier hatte man dann Season Pass. Und dieser Season Pass hat wohl dazu geführt, dass es hier dann mit den Waffen sehr, sehr merkwürdig wurde. Ich weiß ein bisschen, was es hier gibt, weil ich hatte damals Trailer-Analysen gemacht. Auch oben in Infocard verlinkt, zusammen mit einem zufälligen Video von Benji NTD. Ich hatte ja Analysen zu den Trailern gemacht. Und ich habe auch immer mal wieder Tactical Viper und Admiral E, übrigens Grüße gehen an beide raus. An der Stelle habe ich immer mal wieder in Streams zugeguckt. Das heißt, ich weiß ein bisschen, was es hier gibt. Und da ich mir das gerade schon angeguckt habe, weiß ich auch, wo man hier die ganzen Waffen findet. Und zwar, ich würde mal sagen, erstes Video nehmen wir mal die Kurzwaffen. So, P38. Ja, das ist ja das, was ich sowieso schon hatte. So, aber ich möchte dahin, wo dann auch Licht auf die Waffe scheint. So, Walter P38, deutsche Selbstladepistole, hat damals quasi die Luger ersetzt. Und hat halt den Vorteil gegenüber der Luger. Die Luger war sehr, sehr teuer und die Luger war auch sehr, sehr unsicher. Da war die P38 dann etwas sicherer, weil die auch eine Entspannfunktion hatte. Also eine Entspannfunktion hatte. Und die hatte auch einen Signalstift. Der scheint hier aber zu fehlen. In der Waffe ist nämlich so ein kleiner Stift drin, der nach außen geschoben wird, wenn sich eine Patronin im Patronenlager befindet. Das heißt, man sieht von außen immer, ob eine Patronin in der Waffe ist. Das war natürlich damals relativ gut. Gucken wir einfach mal. So, hier ist auch alles in Ordnung. Relativ leise. Und wir haben Tracer. So, wir haben so ein bisschen... Ah, hier sieht man es besser. Wir haben Leuchtspur-Munition in der Pistole. Das... Ich meine nicht, dass es das damals schon gab. Das hat natürlich das Spiel eingeführt, damit man so ein bisschen weiß, wo die eigenen Patronen dann hinfliegen. Ah, wo die eigenen Projektile hinfliegen. Also die Patronen fliegen natürlich woanders hin. So, ich glaube nicht. 9mm Tracer wüsste ich nicht, dass es das damals schon gegeben hat. Ist auch relativ unsinnig, das zu tun. Denn 9x9mm hat sowieso nicht die größte Geschossmasse. Und da jetzt noch Platz und Masse zu verschwenden für einen Tracer, also für einen Leuchtspursatz, wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt in den Leerschießen schieße. So, Schlitten bleibt hinten. Magazin wird gewechselt. Verschlussfang wird betätigt und Schlitten geht wieder nach vorne. Ist richtig. So, wenn ich das einfach nur... Ja, ist richtig. Das heißt, wenn ich das Ding hier nachlade, habe ich keinen magisch schnell entgleitenden Schlitten. Das wäre auch für die Zeit hier, das Spiel ist ja relativ neu, auch nicht mehr wirklich zeitgemäß gewesen. Und ich kann das Ding auch relativ schnell triggern. Ich kann es aber relativ gleichmäßig triggern. Das ist ja was, was ich bei vielen Spielen nicht mag. In der Realität kriegt man so eine Selbstladepistole nicht so ganz so gleichmäßig abgezogen die ganze Zeit. Das finde ich zum Beispiel bei Spielen wie Insurgency Sandstorm etwas besser. So, nächstes. Cold M1911. Absoluter Klassiker. Muss eigentlich auch dabei sein. War damals die Selbstladepistole der Amerikaner. Übrigens, was hier falsch dargestellt wird, und zwar damals hatte noch lange nicht jeder Soldat eine Pistole dabei. Das wird in vielen Armeen sehr, sehr lange dauern, bis da wirklich jeder normale Soldat eine Pistole dabei hat. Das ist was, das hat sich eigentlich erst nach dem Vietnamkrieg wirklich eingebürgert. Im Vietnamkrieg hat man nämlich halt diese großen Probleme mit dem M16, also mit dem XM16E1 damals noch, dass sie relativ oft geklemmt haben. Und die Soldaten hatten damals halt keine Seitenwaffe, also keine Pistole, um sich zu verteidigen. Die hätten sich dann größtenteils mit Glück noch mit ihrem Bayonett verteidigen können oder Leute mit ihrem M16 verprügeln können. Von da ist das eine relativ neue Entwicklung, dass jetzt mittlerweile jeder Soldat eine Pistole dabei hat. Damals im Zweiten Weltkrieg waren Pistolen eigentlich nur angedacht für Offiziere, für Leute mit Maschinengewehren und für hintergelagerte Truppen. Ansonsten hatte man in begrenzter Stückzahl noch Pistolen für Scharfschützen, allerdings auch sehr selten. Das hier ist die Cold M1911. Das ist auch eine relativ interessante Entwicklung. Und zwar damals, die Amerikaner wollten eigentlich erst eine selbstbewahrte Pistole im Kaliber 38 haben, also in etwa dem, was im Deutschen so 9mm entspricht. Dann haben sich allerdings einige alte Hasen aus den Indianerkriegen darüber aufgeregt, dass halt diese Kaliber 38 Patrone nicht in der Lage waren, ein Pferd aufzuhalten. Und deswegen sind die auf Kaliber 45 hochgegangen. Deswegen hatten die Amerikaner so ein unglaublich großes Pistolenkaliber. So, und ich sehe hier gerade die 8 und normalerweise ist die Kapazität 7. Mal gucken, was passiert, wenn ich es leer schieße. So, ein neues Magazin rein. Ja, jetzt habe ich 7. Jetzt kann ich nochmal nachladen. Jetzt habe ich 8. Sehr schön. Also das gute 7 plus 1. 7 plus 1 in der Kammer, wie damals es immer in den Waffenguides hieß, die es damals zu Battlefield 3 gab. Immer mit verstellter Stimme. Das war ich damals immer relativ ulkig. So, müsste eigentlich auch richtig animiert sein. So, Schlitten bleibt einfach hinten. Neues Magazin rein. Er hätte auch den Schlittenfang betätigen können. Allerdings hat er hier den Schlitten betätigt. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube, Schlitten betätigen war damals Dienstvorschrift. Übrigens ist es auch realistisch, dass der Soldat hier die Pistole mit einer Hand hält. Besonders in den Dienstvorschriften der Amerikaner wurden Pistolen mit einer Hand gehalten. Also dieser moderne Griff, dass man eine Pistole mit zwei Händen hält. Ist hier wirklich noch nicht dargestellt. So, gucken wir uns mal den Rest an. So, ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht über alles jetzt so lange labern, aber über das muss ich labern. Ach, das ist cool, dass es dabei ist. Das hier ist der Liberator. Der Liberator ist eine unglaublich billige Pistole aus Blechstahl. Damals sollten diese Dinger massenhaft über Frankreich abgeworfen werden für die Resistanz. Das Ding ist ein Einzellader. Das heißt, nach jedem Schuss muss das Ding komplett nachgeladen werden. So wertes Regietierchen bitte einmal hier diesen Hustel rausschneiden. Und das Ding braucht wirklich in der Realität länger zum Nachladen als für die Produktion. Das heißt, das Ding wird schneller hergestellt, als es nachgeladen wird, weil es relativ kompliziert ist. Da ist ein Schlagstück, dann ist da so, da ist wie so eine Schleuse drin. Ach, ich schieße einfach mal. So, genau, Schleuse hoch. Genau, die Patrone muss ja mit einem Stößel von Hand wieder raus. Und dann muss das Schlagstück wieder in Position gebracht werden. Das heißt, was hier passiert, da ist ein Schlagstück. Während das nachlädt, muss man das Schlagstück spannen, abkippen. Dann muss man diesen Schleusenverschluss, nenne ich den jetzt einfach mal, hochschieben. Dann muss man mit einem Stößel oder so von vorne die Patronenhülse raus. Dann ist unten, da wo das Griffstück ist, wo bei der normalen Selbstleiteperson des Magazins wäre, sind einfach nur lose Patronen unten drin. Dann muss man da eine rausholen und dann hinten rein. Dann die Schleuse wieder schließen und dann das Schlagstück wieder in Position bringen. Absolute Meme-Waffe. Ist cool, dass es dabei ist. Ist wahrscheinlich so ein bisschen das Äquivalent zur Colibri aus Battlefield 1. Sehr cool. War auch, ja, sieht man hier, war in der Realität auch sehr, sehr unangenehm zu schießen, weil das Ding halt im Gegensatz zu einer Selbstleitepistole halt keinen Mechanismus hat, welcher Teile der Stoßbodenkräfte aufnehmen kann. Da geht die Stoßbodenkraft sofort auf die Schleuse und von der Schleuse sofort ins Waffengehäuse und vom Waffengehäuse sofort in die Hand des Schützen. Die ist wohl in der Realität sehr unangenehm zu schießen. So, ach, hatten wir bereits erwähnt. Die gute Luger, die gute P08. Das ist eine klassische Pistole. Ist auch bereits im Ersten Weltkrieg verwendet worden. Ist dann auch im Zweiten Weltkrieg noch verwendet worden, solange bis es die P38 gab. Allerdings, die Luger wurde ja bei DWM, also bei der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik, hergestellt. Und die Walther P38 ja bei Wald, obwohl es wurden auch später dann auch P38 bei der DWM hergestellt. Das fand die DWM übrigens gar nicht toll, dass sie dann die Pistole von einem Konkurrenten herstellen musste. Die Luger hat ein paar Vorteile. Die Luger ist relativ präzise. Die Luger hat allerdings auch relativ viele Nachteile. Und zwar, die Luger ist sehr kompliziert, sehr, sehr unsicher, weil das eine Schlagbolzen gezündete Pistole ist. Das heißt, die hat nicht wie Colt M1911 oder P38 einen Hammer, sondern da ist die ganze Zeit so ein gespannter Schlagstift drin. Und wenn die hinfällt, dann kann der Schlagstift auch schon mal losgehen. Die war sehr, sehr unsicher. Außerdem kann man an einer bestimmten Stelle von außen an der Waffe draufdrücken und dann geht die los, weil der Abzugstollen außen angebracht ist. Die hat allerdings den Vorteil, dass sie relativ präzise ist. Obwohl hier Kimme und Korn stimmen nicht ganz. Normalerweise ist halt die Blattkimme hinten, die ist sehr viel enger. Die ist hier sehr, sehr, sehr breit ausgeführt. Und wir sehen hier, Kniegelenkverschluss geht nach oben. So, getauscht. Einmal hier am Kniegelenkverschluss gezogen. Das heißt, die Luger hat zwar einen Verschlussfang, allerdings hat der Verschlussfang keinen klassischen Verschlussfang-Lösehebel. Um den Verschlussfang zu lösen, muss man oben halt am Kniegelenk, welches dann oben bleibt, einmal ziehen. Ja, ist richtig. Das Nachladen ist sehr schnell. Das Magazin kommt quasi aus dem Nichts. Normalerweise muss man ja sein Magazin erstmal aus der Ausrüstung nehmen. Und ich habe auch relativ viel Munition. Die meisten Offiziere, die damit mal damals ausgerüstet waren, die hatten vielleicht zwei, vielleicht drei Ersatzmagazine, aber nicht 69 Ersatzpatronen. Also nicht 69 Patronen Ersatz. Und lässt sich auch sehr schnell triggern. Und was bei der Luger auch damals ein großer Vorteil war, im Gegensatz zur Walter P38, die Luger schmiegt sich sehr natürlich in die Hand ein. Da Deutschschüsse, also wenn man hier zum Beispiel, also wenn man nicht über Kimmer und Korn zielt, sondern Deutschschuss macht, also zusammengesetzt aus Deuten und Schuss und nicht Deutschschuss, wie das manche immer sagen. Mit der Luger, also die fügt sich so in den Handballen des Schützen ein, dass man quasi einfach nur mit der Luger einfach auf Sachen zeigen kann und dann auch dahin trifft, wo man hin zielt. Das war damals der große Vorteil. Der große Nachteil, wie gesagt, die Luger war sehr, sehr anfällig und deswegen steckt die Luger auch meistens immer in einem größeren Holster. In einem größeren Holster. Ah, die Ruby. Ach ja, genau. Hier fängt so langsam das an, woran dann waffentechnisch Battlefield V so ein bisschen krank. Und zwar, das Spiel hat unglaublich viele Waffen, die recycelt wurden aus dem Ersten Weltkrieg, das heißt aus Battlefield 1. Die hatten scheinbar nicht genug Geld, neue Waffen reinzubringen und deswegen haben die Battlefield 1 Waffen recycelt. Die Ruby wäre damals noch okay gewesen für die französischen Truppen. Das ist eine relativ einfache Selbstladepistole, das ist ein einfacher Masseverschluss drin. Die hat, meine ich, auch ein viel, viel schwächeres Kaliber. Also eine viel, viel schwächere Patron. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich glaube, 32 ACP oder so. Ich werde es hier einblenden müssen. Ja. Ja, die hat auch sehr viel weniger Rückstoß. Und die scheint keinen Schlittenpfand zu haben. Da läuft nämlich der Schlitten einfach nur nach vorne. Glücklicherweise weiß der Schütze hier scheinbar automatisch, wann die Waffe leer ist. Und zwar bei Waffen, die keinen Verschluss fangen und keine Kammersperre haben. Bei denen hat man oft das Problem, dass der Schütze nicht wirklich weiß, dass sie leer sind. Manchmal zielt man dann auf den Gegner und dann hört man einfach nur Klick, weil einfach nur der Schlagbolzen fällt oder der Hammer. Und dann weiß man erst, ups, die Waffe ist leer. Und das ist aber in den meisten Spielen quasi ausgeschaltet, dadurch, dass der Schütze automatisch nachlädt. Also Leerschüsse kann man hier in dem Spiel nicht abgeben. Wenn ich zugeben muss, ich glaube, es gibt kaum Spiele, in denen man wirklich Leerschüsse abgeben kann. Ich glaube, das ist aktuell wirklich nur in Tarkov möglich. Ich glaube, es gibt wirklich sehr wenige Spiele, in denen das geht. So, Ruby hätten wir. Dann gehen wir weiter. Oh, noch ein alter Bekannter aus dem Ersten Weltkrieg, die Repetierpistole M1912. Das ist die Steierhahn, müsste das sein. Ich komme mit den Steierwaffen immer ein bisschen durcheinander. Aber ich bin mir relativ sicher Steierhahn. Die sieht auch relativ komisch aus, weil das wirklich eine der frühesten Selbstladepistolen ist. Hat eigentlich im Zweiten Weltkrieg so gut wie nichts mehr verloren. Wenn ich mich nicht irre, hat die, meine ich, noch nicht mal ein Wechselmagazin. Die hat zwar ein Magazin im Griffstück, aber das wird, meine ich, durch Ladestreifen beladen. Das sieht relativ ulkig aus. Ja. Die wird halt mit einem Ladestreifen von oben beladen. Das heißt, die hat noch kein Wechselmagazin. Das hatte damals den Grund, und zwar, also der große Vorteil von Ladestreifen gegenüber Wechselmagazinen, ist erstens, sie sind leichter. Also wenn man die gleiche Anzahl von Ersatzpatronen mit hat, in diesem Fall hier 80 Stück, okay, das ist ein bisschen übertrieben, werden wirklich die gleiche Anzahl Ersatzpatronen auf Ladestreifen hat. Also auf Magazinen ist es die gleiche Anzahl von Patronen auf Ladestreifen natürlich leichter, weil die Ladestreifen weniger wiegen. Dann sind Ladestreifen in der Herstellung billiger. Wenn zum Beispiel, wenn man jetzt ein Schütze ist und einem geht, gehen alle Wechselmagazine verloren, wie auch immer man das schaffen soll, und man hat nur noch einzelne Patronen, dann hat man quasi, wenn man jetzt eine Colt Amnation 11 hatte, quasi praktisch eine Einzelschusswaffe. Wenn ich jetzt aber eine Waffe habe, die halt ein internes Magazin hat, und ich verliere alle meine Magazine, was ja in dem Fall nicht geht, weil man keine hat, dann kann man immer noch die Waffe auch ohne diese Ladestreifen weiter beladen. Das ist dann noch ein Vorteil. Und man hatte damals relativ oft Angst, dass die Soldaten die Magazine beschädigen würden. Das heißt, wenn ich einen Ladestreifen kaputt mache, ist es ja nicht so schlimm, als wenn ich ein Magazin kaputt mache. Ist auch eine interessante Wahl. Die sieht auch relativ witzig aus. Die sieht halt immer so ein bisschen nach dem aus, was Steampunk ist. Obwohl Steampunk natürlich erst später kommt. So, dann haben wir einen Revolver. Den britischen Weblay-Revolver. Das müsste, ich glaube, das ist Kipplauf. Da wird, meine ich, der Lauf abgekippt. Jetzt haben wir hier einen Revolver. Was man allerdings nicht denken darf, ist, dass dieser Revolver hier besonders stark ist. Und zwar hat man ja, wenn man moderne Shooter spielt, hat man meistens die Wahl zwischen einer Selbstladepistole und einem Revolver. Und dafür ist der Revolver meistens, hat eine geringere Kapazität. Hier zum Beispiel 6. Hat dafür aber meistens mehr Schaden. Das ist hier nicht der Fall. Und zwar der Weblay-Revolver, der hat die Patronen, das ist 4,5,5 Weblay, müsste das sein. Die sind, meine ich, knapp, die haben knapp weniger Energie, als eine 9x19mm Parabellum. Guck mal, was passiert. So, was passiert, wenn ich jetzt einfach nachladen möchte? Ah, der verschwendet alle Patronen. Verschwendet der auch alle? Okay, ich habe jetzt 6,83. 4,82. Das heißt, hier fliegen zwar die Patronen in der Gegend rum, aber der Schütze hat wahrscheinlich so wie Schieber ganz viele Arme und sammelt die ganz schnell wieder ein. Das heißt, das ist hier nicht sonderlich realistisch dargestellt. Und diese eine Patrone, wo ich jetzt einen Fall dran mache, sieht so aus, als wäre sie schon abgeschlagen. Also guckt mal hier auf das Zündhütchen, da ist schon eine Delle drin. Das dürfte eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste die Delle erst da reinkommen, wenn ich langsam mit schieße. Okay, den kann ich unwahrscheinlich schnell triggern. Das ist ein Double-Action-Revolver. Das bedeutet, hier liegt der Hahn auf. Und eigentlich müsste ich bei jedem Schießen, wenn ich jetzt den Abzug durchkrümmen würde, müsste ich eigentlich mit der Fingerkraft, also mit der Muskelkraft meines Zeigefingers, würde ich über einen Mechanismus im Revolver diesen Hahn langsam spannen. Dann würde dieser Harnspannfinger, nennt man den manchmal, irgendwann den Hahn verlassen und der Hahn würde nach vorne schlagen. Das heißt, in der Realität, müsste ich erst eine ganze Weile drücken und dann würde sich erst der Schuss lösen. Das heißt, ich müsste hier einen Delay haben. Habe ich aber nicht. Hier geht das sofort los. Das ist relativ unrealistisch. Oder der Schütze hat einen sehr, sehr starken Zeigefinger. So, Patronen fliegen raus. Übrigens ist der Web-Lehr-Revolver theoretisch mal dafür ausgelegt worden, zu unterscheiden, ob es sich bei dem, was sich in den Trommeln befindet, also in den Trommelkammern befindet, ob es sich dabei noch um eine echte Patrone handelt, also eine scharfe Patrone mit Geschoss und Pulver oder nur eine Hülse. Wenn man den ganz vorsichtig aufbricht, was man natürlich im Krieg nicht macht, deswegen war das relativ Unsinn, das einzubauen, wenn man den Revolver ganz langsam aufmacht, dann kann der unterscheiden, welche davon noch voll sind und welche davon schon verschossen sind. Und nur die verschossenen, weil die leichter sind, werden dann rausgeworfen. Das hat allerdings im Krieg nichts gebracht, weil man das dann ein bisschen zu hektisch macht. So, gucken wir uns das nächste an. Dann haben wir hier, oh, Typ 94. Die hätte ich fast bei der Luga erwähnt. Das ist eine japanische Selbstladepistole. Die wollten Japaner eigentlich selber gar nicht benutzen. Die hatten eigentlich gar keinen Bock auf das Ding. Die haben das Ding eigentlich eher gebaut, um das zu verkaufen an südamerikanische Länder. Und das Ding ist berühmt dafür, dass es als eine der unsichersten Pistolen der Welt gilt. Das hängt damit zusammen, dass hier ähnlich wie bei der Luga auch der Abzugstollen außen angebracht ist. Und zwar hier, wo ich jetzt einen roten Pfeil drauf mache. Und wenn man mit dem Finger diesen Abzugstollen reindrückt, geht die Pistole los. Und das ist natürlich relativ fatal. Was allerdings bei dieser Anekdote immer verschwiegen wird, ist, dass wenn die Pistole gesichert wird, das heißt, sie hat so einen Sicherungsschieber, wenn die Pistole gesichert ist, geht das nicht mehr. Also eine gesicherte Typ 94, da kann man nicht einfach auf die Seite drücken und dann dafür sorgen, dass die Pistole losgeht. Also von da ist dieses Gerücht dieser Pistole gegenüber teilweise ein bisschen unfair. Da müsste, glaube ich, die Patrone drin sein, 8x25mm Nambu. Ich muss mal kurz gucken. Nein, es ist 8x22mm Nambu. Die Japaner hatten damals eine relativ schwache Pistolenpatrone. Na, dafür hat das Ding auch weniger Rückschlag. Und es scheint kein Schlittenfang zu haben. Ach nein, das Ding hat so einen komischen Schlittenfang. Das ist, ich glaube, das ist so eine Art Kammersperre. Wenn man das Ding leer schießt, also wenn die letzte Patrone verschossen wird, geht der Verschluss nach hinten. Dann, soweit ich weiß, geht dann der Magazinzubringer, schiebt sich dann selbst in die Verschlussbahn. Daraufhin möchte der Schlitten natürlich zurückkommen. Der Schlitten kommt zurück und prallt dann gegen den Zubringer des Magazins. Dadurch bleibt halt der Schlitten hinten und der Schütze weiß, die Waffe ist leer. Wenn der Schütze dann allerdings das Magazin entfernt, wird mit dem Magazin natürlich der Magazinzubringer entfernt und der Schlitten geht dann nach vorne. Deswegen muss die Waffe dann, wenn man das Magazin gewechselt hat, nochmal neu durchrepetiert werden. Ja, hier sieht man, das ist relativ schnell, also man lädt hier sehr, sehr schnell nach in dem Spiel. Das haben die ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Und die lässt sich auch extrem schnell triggern. Das sieht man leider nicht ganz so gut. So, dann gucken wir mal, was wir dann hier noch an Pistolen rumfliegen haben. So, Modell 27. Ach, so ja. Ja, das ist einer der Smith & Wesson Revolver. Müsste sein. Das müsste jetzt ein Revolver sein, der jetzt mindestens gekammert ist in 357 Magnum. Ja, müsste eigentlich sein. Ich glaube, 44er Magnum wird erst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden. Aber auch das ist ja in meiner Tabelle. Ja, 44er Magnum kommt erst 1955. Das ist jetzt ein klassischer Revolver, so wie man den aus der Moderne kennt. Weniger Kapazität als eine Selbstladepistole. Dafür unglaublich viel Wumms dahinter. Ich sehe, der Hammer liegt auf. Das heißt, das hier müsste auch Double Action sein. So, das müsste eine Ausschwenktrommel sein. Ja, Ausschwenktrommel. Und der hat einen dieser alten Schnelllader. So ein alter Schnelllader mit so einem Fingerring. Heutzutage, die Schnelllader sind ein bisschen kleiner. Schnelllader bedeutet, man hat so einen Rahmen, wo die Patronen schon in dem Abstand und in der Position sind, wie sie dann in die Patronenkammern der Trommel rein müssen. Und den muss man dann einfach nur ansetzen und abziehen. Meistens muss man den ansetzen. Dann muss man ein Bedienelement drücken. Dieses Bedienelement sorgt dann dafür, dass dann halt die mechanische Kontrolle vom Schnelllader übergeht. Also, dass der Schnelllader dann die Kontrolle über die Patronen aufgibt und die Patronen dann optimal durch die Schwerkraft dann in die Trommel reinkommen. Also in die Trommel reinfallen. Ja, den kann ich nicht so schnell triggern. So, das ist ein bisschen sehr optimistisch. Normalerweise geht man hier an den Schnelllader. Da hält man die Waffe wirklich nach unten, damit die wirklich vom Schnelllader in den Revolver reinfallen können. Das ist hier nicht ganz richtig, wie ich das finde. So, aber wir wollen durchkommen. Ja, 25 Minuten geht locker. Das müssten wir passen. Ah, schallgedämpfte M1911 ist quasi ein bisschen ahistorisch. Das hat man gemacht, das hat man probiert. Es hat allerdings nicht wirklich gut funktioniert. Denn das Ganze hier ist ja ein Rückstoßladersystem. Also ein Rückstoßladersystem mit kurz zurückgleitendem Lauf. Und die brauchen den Schalldämpfern sogenannten Schalldämpfer-Masse-Entkoppler. Da habe ich ein relativ kompliziertes Video irgendwann mal dazu gemacht. Oder ihr könnt einfach dann bestimmte Artikel dazu lesen. Das ist relativ kompliziert. Und zwar, also Rückstoßlader mit kurz zurückleitendem Lauf Rücksstoßlader mit kurz zurückleitendem Lauf funktionieren ja dadurch, dass halt der Lauf kurz zurückgeworfen wird. Und wenn man halt mit einem Schalldämpfer mehr Masse an den Lauf vorne dranhängt, dann ist der Lauf schwerer. Und der Rückstoßimpuls muss dann nicht nur den Lauf bewegen, sondern er muss dann auch den Schalldämpfer mitbewegen. Und oftmals geht das nicht richtig. Also es gab diese Schallgedämpfer-M1911 damals im Zweiten Weltkrieg. Sie haben allerdings nicht zufällig funktioniert. Ich wette, das Ding wird hier ja, ohne Probleme funktionieren. Ich habe auch letztens mal versucht, rauszufinden, von welchem Jahr denn Schalldämpfer-Masse-Entkoppler sind. Und die ersten, die ich gefunden habe, die waren in den 60ern. Das heißt, da muss ich ja nochmal nachrecherchieren. Aber dieser Schalldämpfer, weil ich kann jetzt natürlich in den Schalldämpfer nicht reingucken, durfte wahrscheinlich keinen Schalldämpfer-Masse-Entkoppler im Inneren haben. Auch ein tolles Wort. So, dann haben wir hier Walter PPK. Oh, was hat er denn gerade damit gemacht? Er hat damit gerade irgendwas gemacht. Ach, er hat sich einfach entsichert. Hä? Nee, Moment. Jetzt muss ich nochmal besser ins Licht. Braucht man ein bisschen besseres Licht hier. So. So, der Hahn ist hier gespannt, aber da passiert doch irgendwas mit dem Hahn. Hä? Ich kann es euch hier jetzt nochmal in Zeitlupe einblenden. Ich sehe es leider nicht richtig. Es sieht so aus, als würde er das Ding ziehen mit einem gespannten Hahn, dann die Sicherung drücken. Darauf würde der Hahn dann nach oben gehen, aber dann ganz schnell wieder nach unten gehen. Das sieht sehr merkwürdig aus. In der Realität ist das auch eine Entspannfunktion. Ähnlich wie bei der Walter P38. Und zwar, man kann die Waffe, also man geht her, lädt die Waffe, repetiert die durch, dann ist der Hahn gespannt. Dann kann man hier diesen Hebel betätigen an der Seite, wo ich jetzt einen roten Pfeil dran mache. Daraufhin fällt der Hammer nach oben. Die Waffe folgt aber allerdings nicht, weil dabei der Zündstift, glaube ich, ausgeschwenkt wird. Wird er gesperrt oder ausgeschwenkt? Ich meine, er wird ausgeschwenkt. Und dann hat man die Waffe halt entspannt. Und dann kann man die Sicherung wieder entsichern. Und dann kann man die Waffe halt mit gespanntem Hahn führen. Und wenn man die braucht, kann man die ganz schnell ziehen und dann den Abzug durchdrücken. Und beim Durchdrücken des Abzuges wird halt der Hahn automatisch gespannt und losgelassen, ähnlich wie bei einem Double-Action-Revolver. Das ist hier halt eine Double-Action-Selbstladepistole. Ist auch relativ einfach gehalten. Ist ein einfacher Masseverschluss drin. Und meistens auch eine recht kleine Patrone. Ich glaube, die gibt es in 320 ACP und in 32 ACP. Und ich glaube, in 9mm kurz. Also nicht 9x19mm, sondern 9x17mm. Und die deutsche Luftwaffe hatte die. Übrigens hat auch die Wehrmacht noch ein paar Stück davon von der Luftwaffe, die hin und wieder mal benutzt werden. War eine relativ kleine Pistole. Ist eine sogenannte Westentaschenpistole. Das heißt, diese Pistole ist sehr klein und war eigentlich mal gedacht für die Polizei. Es gibt ja die Walter PP, also die Polizeipistole und dann die PPK, also die Walter Polizeipistole Kriminal für die Kriminalpolizei. Und das hier ist das Modell für die Kriminalpolizei. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Ist übrigens auch die berühmte James-Bond-Pistole, in der ich ja letztens in dem Video über James-Bond Golden Eye für Source nochmal geredet hatte. Ist ein relativ kleines, süßes Ding. Hat wahrscheinlich dann relativ wenig Schaden. Und hat auch keinen einzeln zu betätigen Schlittenlösehebel, also Schlittenfanglösehebel. Da muss halt der Schlitten repetiert werden, damit halt sich der Schlittenfanglöst, wenn neues Magazin oder kein Magazin drin ist. Und ich meine, ich habe gerade gesehen, ja, die gibt es dann auch nochmal in Schall gedämpft. Das ist bei dieser Pistole dann kein Problem. Das Ding ist nämlich kein Rückstoßlaser, sondern es ist ein Huss ausgestimmt. Das ist nämlich ein einfacher Masseverschluss. Und einfache Masseverschlüsse, die brauchen halt nicht die Rückstoßkraft, die werden halt durch den direkt wirkenden Gasdruck angetrieben. Und bei denen ist es genau umgekehrt, wenn es um Schalldämpfer geht. Und zwar bei Rückstoßlader, wenn man dann Schalldämpfer ans Laufengende packt, dann haben die Unterfunktionen, weil der Rückstoß dann den Lauf und den Schalldämpferkörper bewegen muss. Bei Masseverschlüssen hingegen, die halt durch den direkt wirkenden Gasdruck angetrieben werden, die haben dann Überfunktionen. Und zwar die Waffe ist ja dafür ausgerechnet, dass halt die Gasdrucksäule im Lauf halt so lange hinten auf den Verschluss drauf drückt, bis halt das Geschoss den Lauf der Waffe verlassen hat. Und wenn ich einen Schalldämpfer an der Waffe packe, dann habe ich natürlich eine sogenannte verlängerte Zapfstrecke und damit auch eine verlängerte Zapfzeit. Das heißt, die Gasdrucksäule drückt halt sehr viel länger auf den Verschluss und dadurch neigen halt Verschlüsse, also Masseverschlüsse neigen dazu, sich sehr viel schneller und sehr viel früher zu eröffnen, wenn ein Schalldämpfer drauf packt. Das hat glaube ich bei der Walter PPK allerdings keinen großen Einfluss, weil die relativ großzügig berechnet wurde. Allerdings weiß ich gerade nicht, ob es historisch belegt ist, dass die Wehrmacht diese Pistole hier schallgedämpft hat. Beim amerikanischen OSS ist es belegt, dass sie mit Schalldämpferwaffen gearbeitet haben, zum Beispiel mit einer Schallgedämpfung M1911. Die Wehrmacht hatte eigentlich eher vor, die Langwaffen schallzudämpft. Und zwar gab es da Schalldämpfer für einige Maschinenpistolen, was nicht so ganz so gut funktioniert hat, wegen den von mir erwähnten Problemen. Die hatten allerdings Schalldämpfer auch für den Karabiner 98 kurz für Scharfschützen. Der hat wohl passabel gut funktioniert. Der hat den Karabiner 98 kurz natürlich nicht komplett leise gemacht, aber der hat schon mal das Mündungsfeuer verdeckt, was ja für ein Scharfschützen sehr wertvoll ist. Aber wir sind ja natürlich bei den Pistolen. Ach, apropos Schalldämpfer. Hier haben wir Wellrot. Das ist so ziemlich das, was die Briten gemacht haben. Und zwar die Briten haben sich dann gedacht, ja, wir haben halt als Seitenwaffe nur so einen Revolver und den Revolver, den kann man sowieso nicht so gut schalldämpfen, weil der Revolver halt, also der Wellrot-Revolver hat halt das Problem, dass er halt den Trommelspalt hat, wo es dann zum Gasschlupf kommt. Also die meisten Revolver, die haben immer so ein bisschen frei zwischen Trommel und Laufen, da kann dann Gas rausströmen. Es gibt auch Revolver, die haben das nicht. Es gibt einen österreichischen Revolver, der hat das nicht und der berühmte Musiner Gant-Revolver hat das nicht. Ach stimmt, das Spiel hier hat glaube ich kaum russische Waffen, aber kommen wir hier zurück zum Wellrot. Und zwar der Wellrot ist einfach eine Repetierpistole und zwar, wenn man halt keine automatische Waffe hat man mit Schalldämpfern eigentlich kein großes Problem. Ich meine, ja, ich bin relativ sicher, wenn ich jetzt schieße, packt der Schütz einfach ja hinten einfach nur so einen quasi so einen Verschlussring-Fortsatz hinten, dreht ihn kurz, repetiert den auf, also zieht ihn nach hinten, drückt ihn wieder nach vorne und dreht ihn halt wieder zu. Was hier sehr, sehr schnell passiert, in der Realität würde das ein bisschen länger dauern. So, mal gucken, habe ich eine Kammer-Sperre? Ne, der lädt direkt nach. Genau, die Magazine war noch Teil immer mit Griffstück, das fand ich immer relativ rülkig. So, was macht er denn hier? Genau, ich habe das Gefühl, hier ist noch ein Fehler drin. So, schießen, repetieren, beim letzten Schuss müsste das jetzt sein. So, schießen, Magazin wechseln, repetieren, ja, das ist genau richtig. Und zwar hat er einfach, nach dem letzten Schuss, hat er einfach die Patronenhülse nicht rausrepetiert, Magazin gewechselt und wenn er dann nochmal repetiert, fliegt natürlich die Patronenhülse vom vorletzten Schuss raus, also vom letzten, also es fliegt die Patronenhülse vom letzten Schuss des alten Magazins natürlich noch raus, das ist natürlich klar. Was passiert, wenn ich einfach so nachlade? Ja, er greift die auch relativ cool. So vorne, ja genau, wenn man das Griffstück als Magazin quasi komplett austauscht, dann muss man natürlich die Waffe irgendwo anders halten, ansonsten hätte man ein bisschen wenig Griff. So, und ich sehe, das ist mit einer halben Stunde auch schon relativ gute Länge. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, falls ihr euch dann für die Analysen der Langwaffen interessiert und natürlich auch für die Analysen des restlichen Krams, könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr jetzt hier natürlich den Kanal von Benji NTD abonnieren, der mir freundlicherweise hier diesen Key zur Verfügung gestellt hat. Dann eins von meinen Videos und eins von Benjis Videos. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Zusehen